Wenn Familie de la Perrière einkaufen geht, sieht das so aus. Dabei entsteht so gut wie kein Müll. Früher hat die Familie jede Woche zwei große Müllsäcke weggeworfen. Heute sind es ungefähr 10 Liter pro Monat. Wenn wir im Kühlschrank gucken und eine Alternative zu einer verpackten Ware, die wir dann so unverpackt oder mit einer wiederverwendbaren Verpackung haben können, das ist immer dieser kleine Sieg, ist bereichend und gibt Lust auf mehr. Marie gehört der Unverpackt-Laden, der damals erste in Deutschland. Sie hält Vorträge, berät Firmen und Privatpersonen. Marie will Kühl zu einer Zero-Waste-City machen. 2018 geht sie mit ihrer Vision auf die Stadt zu, mit Erfolg. Im September letztes Jahr wurde dann so eine Ratsversammlung als einstimmiger Beschluss, dann, ja, Kühl möchte sich auf den Weg machen. Das war für uns so, wow, super, also ein bisschen gerade so, genial. Der Zero-Waste-Verein ist natürlich schon sehr aktiv, auch in dem Bereich, was Städte tun können, um sich dem Thema Zero-Waste anzunehmen und Abfall wirklich auf vielerlei Ebenen zu vermeiden. Denn uns geht es ja auch wirklich darum, dass wir nicht als Stadt ein Konzept vorgeben, dass wir einmal auf alle Akteure so überstülpen wollen, sondern wir wollen dieses Zero-Waste-Konzept mit allen Akteuren und Stakeholdern der Stadt gemeinsam entwickeln. Kaum steht fest, dass Kiel Zero-Waste-City werden soll, reisen Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Europa an. Von Portugal bis nach Weißrussland gibt es Vereine, die sich für ein Leben ohne Müll einsetzen. Alle unter dem Dach von Zero-Waste-Europe. Aber was genau heißt das, Zero-Waste-City zu sein? Ein Stadt, der sich auf den Weg zu Zero-Waste-City macht, ist ein Stadt, die sich bereit erklärt, seinen Müllaufkommen zu reduzieren, indem sie durch Workshop in verschiedenen Schritten analysiert, was haben wir an Müll, was können wir reduzieren, wie können wir das reduzieren. Zero-Waste-Stadt zu sein, das heißt also erst einmal, Ziele festzulegen. Und wie die für Kiel aussehen könnten, wird in Workshops erarbeitet. Wir haben die Stadt motiviert, in die Richtung zu gehen, also sich Gedanken zu machen, Zero-Waste-City zu werden. Wir werden aber jetzt nicht verschwinden. Wir bleiben noch dabei, wir werden die Stadt begleiten. Für Zero-Waste-City ist zum Beispiel Pay-as-you-Throw interessant. Jede und jeder bezahlt nur so viel für den Müll, wie er oder sie produziert. Der Verein berät die Stadt, wie solche Ziele umgesetzt werden können bis 2035. Das sind kleine Schritte, die da so großen Effekten machen können. Also für uns in Kiel das zu machen, ich denke, das ist ja auch ein schönes Image für die Stadt, für die Bewohner, also Identifizierung auch, wir sind in einem Staat, der das macht, oder mindestens die sich die Mühe gibt, dann etwas zu verändern. Also das hat für mich, hoffe ich, einen Multiplikatoren-Effekt. Wir müssen jetzt reagieren und agieren. Auch wenn in 15 Jahren nicht alle so wenig Müll produzieren wie Familie de la Perrière, jede Vermeidung hilft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017